Wir haben eine künstlerische Künstler, die wir hier hören, die wichtig ist, wie gesagt, dass wir hier in den Wachstuhl, die wir hier sagen, dass wir hier in den Wachstuhl, die wir hier sagen, dass wir hier in den Wachstuhl, die wir hier sagen, dass wir hier leicht überfallen, denn in Ingarn ist, wie wir gesagt haben, die wir hier sehen, weil es in den Wachstuhl gibt, in den Wachstuhl gibt es immerissausste. Wir haben viele unterschiedliche Leute, die Sönke sind in ihren Wachstuhl. Das gehört einem Wachstuhl. Und da haben Römer in der Nachbarschaft gewohnt, und da haben auch Lügen, da gehörten auch bei vielen Verflüssen des Landes auch keinen Konflikt, keine Spannung. Und ich war dann nicht überwiesen, warum das alles doch über mir Verflugte generiert, wenn dieses ganze Thema, so nicht nur die Deutschen beißen drauf, wenn ich...